Jetzt sehen wir die Tordurchfahrt an der Mauer und jetzt schauen wir uns das gleich mal im Detail an. Bis zum nächsten Mal. Wir sind in Ecke Torps Borg, einer rekonstruierten Fortifikation aus der Eisenzeit, die bis ins Mittelalter bewohnt war und dann aufgegeben worden ist und jetzt in der Neuzeit rekonstruiert wurde. Eine Sehenswürdigkeit von Südöland. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte den Eindruck, als wenn das von außen doch wuchtiger wirkte und wenn ich jetzt hier so reingehe und von oben mir das anschaue, dann sieht das doch ziemlich klein aus. Das sind noch nicht mal 100 Meter Durchmesser, würde ich sagen. Das ist eine große Herausforderung. Aber es ist auch eine große Herausforderung, die zu reingehen. Ja, die Tordhavar ist ja so einfach. Ja, genau. Ja, genau. Es ist nicht ich mit der Person, die zu reingehen. Nein. Musik Musik Na, der Kräutergarten sieht aber ganz schön wild aus. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schauen wir mal, was es wird. Ist das genug? Mit grobem Salz. Jetzt machen wir ein bisschen Honig drauf. Ein bisschen mehr. Du kannst es auf der Bedeutung, wie möglich. Probier mal. Fennschel. Fennschel. Nimm mal ein bisschen. Kommt noch drauf. Willst du noch ein paar Krümel haben? Lecker. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.